Ich freue mich sehr, dass nun doch nochmal auf dieser Synode Thema ist, das Thema Luther und sein Verhältnis zum Judentum. Ich finde, dieses Thema kriegt hier in unserer Landeskirche eine Konkretheit, die es in keinem anderen Wort kriegen könnte. Möhrer, Eisleben, Erfurt, Wittenberg. Hier war der Mann Mensch und ich würde mir wünschen, dass dieses sehr konkrete Erbe auch in unserer Kirche in der Weiterarbeit mit diesem Thema in eine sehr, sehr konkrete Umsetzung, Einspielung dieses Themas auf andere Ebenen irgendwie mündet. Zum Beispiel Arbeitshilfen, Unterrichtsentwürfe, Predigtentwürfe. Ich finde, was diesem Thema fehlt und was die EKM zu diesem Thema beisteuern kann, ist was Konkretes. Wie wird dieses Thema Gegenstand in den Gemeinden, in den Kreisen und Gruppen unserer Kirche?